Der Politiker ist reiwein. Jetzt, ja, sag ich mal. Geht's? Okay, schon. So. Er hat gesagt, er hat zu mir gesagt. Das ist recht eng. Wir haben gedacht, du bist der Bär. Ich war nicht der Bär. Entschuldigung. Dann werden wir dich entlassen müssen. Es wird leider nicht... nötig sein, nötig sein. Jetzt hoppen wir so auf den Satz vor. Sie haben wohl nicht mehr eine Tasse im Schrank. Sie hat doch geschallert, du. Mein Lieber, schall ich. Sie wissen, sie wissen, sie wissen.